Herzlich Willkommen hier in der Metze Power League 1. Danke, wir spielen in Hartberg, das wollte ich damit nämlich umgehen. Hartberg gegen Salzburg. Ja, der Vierte gegen den Fünften. Punkte gleich, auch hier geht es um die Tabellenführung, um das Absetzen. Oh. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alter. Hartberg und Red Bull, Salzburg kämpfen um die Tabellenspitze. Ja, beide noch nicht verloren. Alter. Talitsch. Eine von drei Mannschaften, die noch nicht verloren hat, Sturm Graz, Hartberg und Salzburg. Oh, stark. Oh, du warst. Schön, Talitsch. Oh, dann leider zu weit vorgekriegt. Oh. Dann leider zu weit vorgekriegt. Und das ist es. 0 zu 1. Ivans Vierter Treffer. Eieieieiei. Alter. Ups. Schau zappiert den runter. Steh auf, Tepper, da war eh nix. Also in der deutschen Bundesliga haben wir da damals anders gespült, Alter. Nicht so weichermäßig. Ah. Ja, für einen von den beiden Mannschaften könnte heute die Serie reißen. Alter Haberer. Ja, das stimmt allerdings. Da würde sich dann eben drei Punkte gleich mal absetzen, der andere. Ah. Ja, bis jetzt spielt Hartberg stark. Da auf. Das war schön gemacht. Der Blas ist. Das wollte ich nicht so. Ich dachte, das geht sich wirklich aus. Jetzt eine Schelte geben für den Torwart vom Trainer. Ich dachte wirklich, das geht sich aus, dass ich den Behind-Dream spiele. Weil er stehenbleiben, der ist nicht so hart ergeraufen, deswegen. Ja. Oh mein Gott, nächster Patzer. Ja, Gott sei Dank. Das war leider schon Zweikampf. Angenommen quasi. Ich dachte, der Kleiner hat das mit dem Annehmen verstehe ich nicht vor, dass man es mal so unter der Kreis drückst. Ja. Aber ich sehe, das ist das ja quasi blocken und so. Ja, aber dann musst du ja neben ihn rennen. Bringt ja nichts, wenn du auf ihn zu rennst und dann drückst. Dachte er, dass er das dann schon im Vorhinein macht. Das ist viel gescheiter auf den Pressball zu gehen. Dann verlierst du ihn immer, weil wenn du ihn kriegst, schießt er automatisch dann weg. Wenn das was bringt sogar. Du meinst Pressball Leaks oder was? Na generell gar nichts, einfach drauf zu rennen. Achso. Schöne Blanche, da ne? Ach. 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 aber aber das ist das folger ja gut dass er blockt das war ein euer Spaß ja ab dem Tor ist Salzburg in das Spiel gekommen kann man sagen vorhin waren sie ein bisschen abgemeldet aber jetzt ziehen sie ihr Ding durch kann man sagen man muss aufpassen dass Hartberg nicht müde wird das ist glaube ich noch so eine Schwäche in der ersten Halbzeit viel Gas geben ja ewig kann das nicht so weiter gehen das ist klar Hartberg mit Rapid die offensiv stärkste Mannschaft in der Liga mit er hat schon elf Treffer Hartberg oh der bleibt stehen auch wichtig oh schön Schlager mein das war jetzt so ein Doppelschuss aber trotzdem intimmig aber dass der Ding so versemmelt du bist Capitano du darfst sowas nicht versemmeln oh das war zu viele Ehrenspielstationen jetzt sehr schön oh hab er auf übers drückgeschießen so geht das heieieieiei heieieieieiei jedemto bist wir ein wenig zu hegel oder doch du Vielen Dank. So weit ist es nicht Ja, ja, Gott sei Dank Ja, genau Ja, genau Also ich nehme den Bäunen mit Schön Jetzt renkt er dich mit Sehr schön Absatz Ja 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 Hat die Ruhe hier Und der war nicht stark geschossen Der war einfach Überlegt Ja 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 Fünf Minuten noch Ja 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 Spielverzögerung ist auch nicht schlecht Sehr schön Alter Ja Ja Ganz schön Leid gibt du bist ein Trautbar Oh Ja Ja Geht kaum Alter Ja Seid ihr gerne auf dem fliegenden passen Ja 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 Halbwegs verdient Damit ist der Tabellenstand nach Runde 9 Hartburg Mit 15 Punkten Vor der Wiener Austria mit 14 Vor Sturm Graz mit 13 Vor Rapid mit 12 Vor Salzburg mit 12 Vor dem Lars mit 12 Vor Innsbruck mit 12 Dann auf Platz 8 Am Martersburg mit 9 Alltag mit 8 Auf der 9 Auf der 10 St. Paul mit 7 Wer hat siehundert mir teilen sich 11 und 12 mit 6 Punkten Ja Ja Schönes Match trotzdem Gut Wieder kenne her Let's go Bis dann Ciao Ciao